Der kleine Fuchs. Es war einmal ein kleiner Fuchs, kurz nach seiner Entpuppung. Er war noch sehr klein und er bewunderte immer die ganz großen Schmetterlinge mit ihren Flügeln. Er war lange, lange sehr klein und er hatte das Gefühl, dass er nie größer werden wird. Doch irgendwann erfüllte sich sein Traum. Er bekam so schöne, große, bunte und überhaupt wunderbare Flügel. Aber er dachte sich, was bringen wir die großen Flügeln? Nach langen Überlegen brauchte Schmetterling ein Feuer. Er flog hin, um zu sehen, was da war. Es war ein Waldbrand und er wusste, wenn er jetzt nichts unternehmen würde, würden alle Tiere und auch seine Artgenossen sterben. Da flog er mit schnellen Flügelschlägen vor lauter Panik über das Feuer. Plötzlich verringerte sich das Feuer und schließlich war es gelöscht. Der kleine Fuchs, der nun so ein großer Fuchs geworden war, hatte das Feuer durch seine schnellen Flügelschläge gelöscht. Denn nun waren alle Tiere gerettet. Und er war im ganzen Land bekannt. Er war im ganzen Land bekannt. Untertitelung des ZDF-SCH. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Neweglashaus Near the lane Near the lane Near the lane Saddle up now You're going down that trail Speed the bay Level the lane Speed the bay Speed the bay Bringing the bay Stop tomain Lubricorn Das war's. 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 Das war's.